Hallo, ich habe heute einen adventlichen Tag für euch. Der Bücher-wie-Süßigkeiten-Tag ist ein sehr, sehr schönes jährliches Ritual für mich. Morgen ist jetzt der erste Advent und ich dachte mir, heute passt das dann jetzt schon. Das ist nämlich ein Tag, den ich mir vor zwei Jahren selbst ausgedacht habe und das war ein bisschen der Startschuss dafür, dass ich Anschluss in der Booktube-Community gefunden hatte. Da habe ich gerade so ein paar Monate Booktube-Videos gemacht und dann habe ich diesen Tag hochgeladen und irgendwie hat der sich ein bisschen verselbstständigt und dann bin ich in Kontakt mit Carly gekommen und Juli vom Kanal Juli Bücher und Melanie von Melanie liest und so weiter. Das war irgendwie so ein bisschen so eine Kettenreaktion, die dann dafür gesorgt hat, dass ich Anschluss gefunden habe und deswegen ist das so ein wunderbares Ritual. Ich habe jetzt mal geguckt, dass ich die acht Fragen mit Büchern beantworte, die ich im vergangenen Jahr gelesen habe und das ist so ein bisschen auch der Startschuss dafür, dass ich im Dezember allgemein viele Videos machen werde, wo ich das vergangene Jahr reflektiere. Also Bücher, die mir gut gefallen haben, Bücher, die mir nicht so gut gefallen haben, Autorinnen, die ich neu entdeckt habe, schöne Cover und so weiter. Also der Dezember wird heftig gefüllt sein mit Rückblick-Videos. Und das hier ist jetzt so ein bisschen, ja, eigentlich, wie gesagt, der Startschuss. Ich würde gerne alle vom Buchclub All You Can Read taggen. Außerdem meine Freundin Eva vom Kanal Herz auf der Zunge, dann Tanja vom Kanal Miss Drunken Cherries Bücherstapel und Jackie vom Kanal Jackies Letter Love. Wenn ihr Lust habt und Zeit und das in euren Drehplan für den Dezember passt, würde ich mich freuen, wenn ihr den Bücher-wie-Süßigkeiten-Tag auch macht. Und alle anderen, die Videos machen, sind natürlich auch eingeladen, eine Antwort zu drehen, wenn ihr Lust habt. Es sind schöne Fragen, mit denen man sich so ein bisschen schon mal mit dem vergangenen Lesejahr befassen kann. Und wenn ihr keine Videos macht, dann könnt ihr mir die Fragen natürlich unten in den Kommentaren auch beantworten. Frage 1 zum Lebkuchen. Nenne ein Buch, das bei dir lange einen kräftigen Eindruck hinterlassen hat. Ich glaube, es dürfte euch nicht wundern, wenn ich jetzt mal die Frauen am Fluss von Catherine Webb nenne. Das ist ein Buch, was ich Anfang des Jahres gelesen habe, in einer Leserunde. Und irgendwie hat das einen so großen Eindruck hinterlassen, dass ich sehr, sehr häufig über dieses Buch spreche. Ich habe damals 4,5 Sterne vergeben. Erst habe ich nur 4 vergeben. Und dann habe ich gemerkt, ich rede über dieses Buch so oft in Videos, dass ich eigentlich das hochpushen muss und habe dann doch nochmal 4,5 vergeben. Es geht um Irene. Das Buch spielt Anfang des 20. Jahrhunderts auf dem englischen Land. Irene ist frisch verheiratet in einer nicht besonders liebevollen Ehe. Das war mehr so eine Zweckgemeinschaft. Und sie zieht von London aufs Land. Ihr Mann ist ein Gutsbesitzer, der in der Gegend sehr beliebt ist. Nicht nur als Arbeitgeber, sondern halt auch so in der Gemeinschaft. Und sie fängt gerade an, sich einzufinden, da wird ihr Mann ermordet. Und sie will herausfinden, was passiert ist. Und der kräftige Eindruck, der bei mir geblieben ist, ist die Erzählweise. Ich fand es durch die Perspektivwechsel, also es wird aus der Perspektive von verschiedenen Frauen erzählt, sehr, sehr abwechslungsreich und mitreißend. Und, auch das habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber ja, es geht ja um Rückblick auf das vergangene Jahr. Und dazu gehören eben Bücher, über die ich viel gesprochen habe. Jetzt auch nochmal dazu. Also die Auflösung war für mich selbst so überraschend. Ich hatte damit überhaupt nicht gerechnet. Und ich fand es so klug erzählt, dass die Frauen am Fluss von Catherine Webb hier für die Lebkuchenfrage die perfekte Antwort ist. Frage 2 zum Stollen. Nenne einen Charakter, den man entweder nur lieben oder hassen kann. Ich wollte euch Naomi aus You Deserve Each Other von Sarah Hoagel nennen. Das Buch wird im kommenden Herbst auf Deutsch übersetzt erscheinen. Mit dem Titel Ist für immer nicht viel schlimmer, glaube ich. Und das war sowieso ein witziger Fall für mich, dieses Buch, weil ich das im Sommer angefangen hatte, dann abgebrochen habe, weil es mir überhaupt nicht gefallen hatte. Und das hatte vor allem mit Naomi, der Protagonistin, zu tun. Und dann habe ich ihm dem Buch doch nochmal eine Chance gegeben. Es war sozusagen eine zweite Chance für die Liebe. Super Strickmuster. Und ja, dann hat es mir total gut gefallen. Aber Naomi ist am Anfang kaum zu ertragen. Die Geschichte dreht sich um Naomi und Nikolas, die verlobt sind miteinander. Und man erfährt aber sehr schnell, dass die beiden sich eigentlich nicht besonders leiden können. Die haben sich entfremdet. Und die Geschichte wird aus Naomis Perspektive erzählt. Und sie ist viel genervt und viel angespannt in Gegenwart von Nikolas. Und eigentlich wäre es ganz gut, wenn die beiden die Verlobung lösen. Aber keiner will den ersten Schritt dazu machen. Und die beiden fangen dann an, sich gegenseitig zu triezen. Offen gegeneinander vorzugehen, um den anderen dazu zu bringen, die Verlobung zu lösen. Und dabei kommen die beiden sich halt dann wieder näher. Und der Grund, warum ich You Deserve Each Other, beziehungsweise ist für immer nicht viel schlimmer, erstmal abgebrochen habe, war Naomi. Und zwar ist sie sehr, sehr selbstüberzeugt und in ihren Gedanken ziemlich fies dem Nikolas gegenüber. Also sie ist nicht unnahbar selbstüberzeugt, aber sie hat so dieses ständige Augenverdrehen über ihren Verlobten. Aber sie macht das halt nicht offen, sondern sie brümmelt so vor sich hin und Oh, der nervt mich wieder und Oh, wie konnte ich mich mit dem verloben und so weiter. In einem Fort. Und man merkt auch, dass sie von sich selber gar nicht so viel Preis gibt ihm gegenüber. Also sie verstellt sich sehr am Anfang und hat irgendwie so eine Rolle entwickelt, in die sie reingerutscht ist, Nikolas gegenüber, die sie gar nicht mehr los wird. Und das als Ausgangspunkt war für mich extrem nervig. Und dann habe ich aber Rezensionen gelesen, dass es genau darum geht. Und dass sie das verändert und dass sie nach und nach sich öffnet. Und dass Nikolas natürlich auch nicht so einfach gestrickt ist, wie das in den ersten 10% des Buchs irgendwie scheint. Toll. Aber der erste Eindruck von Naomi ist eher negativ. Es lohnt sich aber dran zu bleiben. Frage 3 zum Vanillekipferl. Nenne ein Buch mit einem besonders guten Spannungsbogen. Ich habe ein bisschen überlegt, ob ich euch vielleicht einen Thriller nennen kann. Und mir ist Birthday Girl von Sue Fortin eingefallen. Den habe ich jetzt auch im vergangenen Herbst gelesen. Und der große Pluspunkt dieses Buchs war wirklich der Spannungsbogen. Und es geht ein bisschen holprig los. Es geht nämlich um vier Freundinnen, die in ein ziemlich abgelegenes Haus eingeladen werden und dort eskaliert ist. Und man weiß nicht so richtig, kommt die Gefahr von außen oder vielleicht von einer aus dem Freundeskreis. Und das, was am Anfang holprig war, war die Freundesdynamik, weil die immer ständig betonen, wir sind die besten Freundinnen, aber eigentlich verhalten sie sich nicht so. Und dann geht es aber rund. Und das, was ich so spannend fand und was dann wirklich auch den Spannungsbogen für mich so überzeugend gemacht hat, war, dass die Umgebung dieses entlegenen Hauses mit erzählt wurde. Also es geht dann auch ums Weglaufen und ums Verstecken und um gegen die Natur ankommen. Das fand ich sehr mitreißend. Und ich fand, es gab genau an den richtigen Stellen immer mal Wendungen. Es war jetzt nicht alles unvorhersehbar, aber man ist irgendwie so mitgezogen worden. Und jedes Mal, wenn man dachte, ah ja, auf dem Weg befinden wir uns jetzt bis zum Ende, gab es nochmal so einen, hat die Geschichte so einen Haken geschlagen. Das fand ich schon ziemlich gut und habe deswegen vier Sterne für Birthday Girl von Sue Fortin vergeben. Frage 4 zum Zimtstern. Nenne einen Charakter, der spannende Ecken und Kanten hatte. Ich kann nicht anders als Nora Watts aus Untiefen von Sheena Kamal zu nennen. Das ist schon eine Figur, die auch im Klappentext als ziemlich kaputt angedeutet wird. Aber es funktioniert einfach wunderbar, weil sie nicht nur kaputt ist. Und das fand ich sehr spannend. Also, dass sie schon Trauma mitbringt, auch in verschiedenen Weisen. Also, ihr ist nicht nur eine schlimme Sache passiert, sondern, ja, die ganze Vergangenheit hat sich dann so aufgetürmt. Aber gleichzeitig wird sie manchmal auch als hilfebedürftig gezeigt oder man erfährt, wie sehr sie es liebt zu singen. Das fand ich einen so spannenden Gegensatz. Nora Watts ist die Assistentin in einem Privatdetektivbüro und erfährt, dass ein junges Mädchen verschwunden ist und realisiert, dass es sich bei diesen Mädchen um das Kind handelt, was sie vor 15 Jahren zur Adoption freigegeben hat. Nora ist Alkoholikerin, hat sexuelle Gewalt erlebt, ihr Vater hat sich umgebracht. Also, es türmt sich wirklich so alles auf. Aber neben diesem wirklich zerrütteten Seelchen in Nora gibt es eben auch noch diese anderen Aspekte. Also, sie ist schon hart und abgeklärt und manchmal echt skrupellos. Aber dann gibt es wieder so Situationen, zum Beispiel, wie sie mit ihrem Hund umgeht oder ihre Liebe zur Bluesmusik. Richtig, richtig ein ganz komplexer Charakter. Toll, passt zum Zimtstern. Frage 5 zum Dominostein. Ich nenne ein Buch, das viele Handlungsebenen hatte, die schließlich perfekt zusammenpassten. Ich habe an der zehnte Gast von Shari Lapeña gedacht. Vor allem, das sind zwar keine Handlungsebenen, zum Beispiel verschiedene Schauplätze oder verschiedene Zeitebenen, aber die Geschichte wird aus sehr vielen verschiedenen Perspektiven erzählt. Und das fügt sich nach und nach zu einem Bild zusammen, was dann perfekt zur Auflösung passt. In der zehnte Gast geht es um ein entlegenes Hotel, wo verschiedene Gäste einschneien. Und es kommt zu einem Todesfall und von da aus eskaliert die Gruppendynamik ein bisschen sehr. Es ist ein tolles Setting, vor allen Dingen jetzt gerade im Winter. Ich kann euch das gut empfehlen. Also, die Kälte und der Schneesturm wird schon sehr deutlich. Es ist sehr gefährlich, was dort in diesem Hotel abläuft. Also, keiner ist sicher. Und dadurch, dass es aus verschiedenen Perspektiven erzählt wird, kriegt man nur nach und nach ein vollständiges Bild. Ich finde das ja manchmal ein bisschen schwierig, wenn die Geschichte aus allen Perspektiven erzählt wird, weil die Figuren dann sehr wenig vor uns als Leserinnen und Lesern verstecken können. Aber hier hat es gut funktioniert und es war einfach perfekt zum Mitraten. Und deswegen finde ich, passt der zehnte Gast zu der Frage mit dem Dominostein ganz gut. Frage 6 zu gebrannten Mandeln. Nenne einen Charakter mit harter Schale und weichem Kern oder einen Charakter, der zum Sprichwort passt, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich habe mir jetzt mal zum ersten Teil der Frage, also harte Schale, weicher Kern, Arnold aus Time to Love, Tausche altes Leben gegen neue Liebe von Beth O'Leary ausgesucht. Das ist der Nachbar von Aileen. In Time to Love geht es ja um Aileen, die vor ihrem 80. Geburtstag steht und ihre Enkelin Lina. Und beide sind eigentlich gerade in der Situation, dass sie mal einen Tapetenwechsel brauchen. Aileen geht dann in Linas WG nach London und Lina hütet Aileen's Haus in Yorkshire. Und es ist einfach ein wunderbares Buch. Ich werde im Dezember in verschiedenen Rückblickvideos über dieses Buch schwärmen. Aber ich finde, Arnold, der Nachbar von Aileen, passte auf diese Frage wunderbar. Er ist eben auch ein Senior und er ist ein bisschen brümmelig und er hat so ein bisschen so eine zickige Beziehung mit Aileen, halt so ein bisschen so Nachbarschaftsfeindschaft über den Zaun hinweg. Und nach und nach lernt man ihn kennen und merkt, was für ein wunderbarer Mann er ist und vor allem, wie gut er auch mit Lina klarkommt, die ihm dann manchmal so ein bisschen Kontra gibt und er taut dann auf. Und das ist echt sehr, sehr wunderbar. Ein anderes Wort fällt mir jetzt nicht ein. Ich kann jetzt nicht anders, als die Geschichte der Baltimore's von Joel D. Care zu nennen. Ich glaube nicht, dass das ein schlechtes Buch ist. Ich glaube erstens, dass ich eine zu große Erwartungshaltung hatte und dass es dann einfach in bestimmten Aspekten nicht zu mir gepasst hat. Und das war so ein Buch, wenn ich das nicht in einer Leserunde gelesen hätte, dann hätte ich es abgebrochen. Also ich glaube, ich habe zum Schluss dann vielleicht zwei, zweieinhalb Sterne vergeben und ich bin eigentlich nur wegen der Leserunde dran geblieben. Es geht um die Familie Goldman, zu denen zwei Teile gehören. Einmal die in Montclair leben und die in Baltimore leben. Und Marcus geht immer zu seinem Onkel und dessen Familie und fühlt sich dort irgendwie wohler als in seiner eigenen Familie. Und man erfährt nach und nach, wie es in der Familie seines Onkels zu einer großen Katastrophe kommt. Und das Problem ist, dass ich das Gefühl habe, Marcus hat eine sehr begrenzte Perspektive auf die Menschen in seinem Leben. Die haben sich durch seine Augen nicht so wirklich richtig echt für mich angefühlt. Die Katastrophe wird aufgebauscht und irgendwie kommt die dann aus dem Nichts, obwohl sie die ganze Zeit angedeutet wird. Ja, also mehr dazu wahrscheinlich noch in Videos über den Dezember verteilt, wenn ich auf das vergangene Jahr zurückblicke. Es ist kein schlechtes Buch, aber ich habe mir da fast die Zähne dran ausgebissen. Und Frage 8 zum Spekulatius. Nenne ein Buch, das du jedes Jahr wieder liest und immer noch toll findest. Ich gebe die Frage jetzt mal an euch zurück. Ich fände es ja mal interessant, ich habe das schon mal gemacht, welche Bücher ihr mit mir verbindet. Also welche Bücher ihr denkt, dass ich sie immer und immer wieder erwähne. Das ist der eine Punkt. Aber jetzt interessiert mich, ob ihr genau wisst, welche Bücher ich schon gereadet habe oder nicht. Und ich verbiete euch, die Krähen oder Time to Love zu nennen. Da sind wir uns einig, dass ich die Bücher schon mehr als einmal gelesen habe. Und vielleicht fallen euch ja andere Bücher ein, bei denen ihr euch sicher seid, die habe ich auch schon ein paar Mal gelesen. Ich mag, dass Bücher zu re-readen, das ist ein schwieriges Wort, es ist irgendwie so, man fällt in die Geschichte wieder rein, man kennt die Figuren schon, und es ist eine Welt, in der man sich vielleicht schon wohl gefühlt hat und so weiter. Und es ist so ein bisschen so, als guckt man seinen Lieblingsfilm nochmal. Und von daher, ja, re-reade ich sehr gerne und gebe die Frage an euch ab, welche Bücher habe ich wohl schon mehr als einmal oder vielleicht sogar mehr als zweimal schon gelesen. So, und das war es jetzt auch schon. Ich habe mich sehr gefreut, auch dieses Jahr den Bücher-wie-Süßigkeiten-Tag wieder zu machen und freue mich auf eure Tag-Antworten. Vielleicht unten in den Kommentaren oder wenn ihr selber Videos macht, dann eben auch in Videoform. Und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos. Macht es gut. Tschüss! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.